So, jetzt geht es um das Lehrmodell der klassischen Konditionierung. Kennt man vielleicht schon aus dem Pädagogikunterricht. Da wird ein bestimmtes Problem erklärt, was im Sport häufig auftritt, nämlich das Problem der Angst zum Beispiel. Denn es gibt bei der klassischen Konditionierung einen neutralen Reiz und einen bedingten Reiz. Was das bedeutet, erkläre ich jetzt. Beim Gerätetouren wäre das Gerät, an dem man touren, zum Beispiel der Barren, wäre erstmal ein neutraler Reiz, das heißt ein Reiz, mit dem man erstmal konfrontiert wird, wo man weder Angst noch Vorfreude oder irgendwas anderes empfindet. Dann hat man einen Schüler, der zum ersten Mal an diesen Barren geht. Und dann verletzt sich der Schüler da zum Beispiel, weil er abrutscht und dann blöd aufkommt. Dann hat er sich eine Verletzung zugezogen. Und durch diese Erfahrung wird dieser neutrale Reiz des Barrens zu einem bedingten Reiz, weil dieser neutrale Reiz mit einer negativen Erfahrung verbunden wird. Und dass dieser Barren jetzt von einem neutralen zu einem bedingten Reiz geworden ist, das führt dazu, dass der Schüler sich in Zukunft vor diesem Barren vielleicht fürchtet. Da kann ja schon sein, dass allein der bloße Anblick des Barrens dazu führt, dass der Schüler resigniert, verweigert oder in Angstzustände gerät. Und das ist zum Beispiel auch so, wenn man einen Sportart betreibt, also zum Beispiel, ich nehme mal gerne als Beispiel Torwart, wenn man jetzt als Torwart zum Beispiel einen Fehler macht, deswegen ein Spiel verliert und dann am besten auch von den Mitspielern, deswegen kritisiert wird und vom Trainer. Das kann auch so eine Art traumatische Erfahrung sein. Und dazu führen, dass das Fußballspiel an sich von einem neutralen zu einem bedingten Reiz wird, wo man in Zukunft Angst vor diesen Fußballspielen hat. Und durch dieses DERM-Modell wird das eben erklärt, warum zum Beispiel Ängste entstehen oder auch positive Gefühle. Kann natürlich auch sein, dass neutrale Reize mit positiven Ereignissen verbunden werden und man sich dann freut oder dass der Anblick von irgendwelchen bedingten Reizen zur Motivation führt. Das wäre es dazu. Wenn es Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare. So.